Es geht darum, dass wir die Leute, die uns in der Box kompetitiv sind, die Wettkämpfe machen wollen, in unserem Programm unterstützen. Einerseits, wenn er sich effektiv qualifiziert für den Wettkampf, ist die eine Unterstützung, dass wir Teilnahmegebühr übernehmen. Von den T-Shirts, dass er unsere Boxing repräsentieren kann und vor allem die generelle Unterstützung, die er von uns hat. Wieso haben wir uns gesagt, dass wir unsere kompetitiven Athleten unterstützen? Die Idee ist, die Leistung oder den Einsatz zu würdigen. Denn alle von ihnen trainieren mindestens 4-5 Mal in der Woche. Man stört fast mehr Zeit als die meisten, die auch sonst etwas trainieren. Wenn man sich im Wettkampf vorbereitet, man stört noch ein wenig mehr. Man muss irgendwo einreisen. Es ist nicht immer alles bei der Nähe. Es ist doch ein finanzieller Aufwand. Wir wollen mit diesem Programm einen kleinen Teil dazu beitragen, dass wir das ermöglichen können.